Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Lieberwinkel in Lieberwinkel Marathon. Ja, ich hab jetzt noch was verändert am Spiel. Ja, die Grafik sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber... Tut mir leid, ich brauch jetzt euer Feedback, aber was anderes kann ich jetzt nicht mehr machen. OBS kommt mit meiner Qualität der Videos nicht klar. Ich hab jetzt hier dieses Dingsbumsdings zusammen mit reingemäht. Also OBS schafft es nicht, meine Videos in der Qualität rüberzubringen, wie sie eigentlich sein müsste. Am schlimmsten ist das, wenn Gras kommt. Auf der Frühling wird es leider noch ein Ruckelvideo geben, aber löschen möchte ich das jetzt auch nicht. Aber ich hab jetzt hier dieses DLS-Dingsbums da mit reingemacht oder wie der heißt. Ich hoffe, es wird jetzt besser. Aber ich brauch jetzt auch nochmal euer Feedback. Auf meinem Monitor, wenn ich das alles so lasse, wie ich das möchte, ist nix. Aber OBS siehst du stellenweise auch nix. Guckst du das Video an, kommt es nicht mehr klar. Ich hab in OBS alles umgestellt, so wie man es finden kann für 4K. Mehr kann ich jetzt leider erstmal nicht machen. Ich finde das Bild ist jetzt nicht mehr so scharf, also so gestochen scharf wie vorher, aber... Anders geht es jetzt nicht mehr. Weil diese Ruckelparty oder Leggypartys, die sind ja auch nicht so schön in den Videos. Hier wird es jetzt noch ein bisschen haken, weil er noch lagladen muss und dies und das, aber... Mehr kann ich jetzt leider erstmal nicht machen, ansonsten müssen wir... Ah ne, HD hab ich irgendwie keinen Bock drauf, ne. Aber wie gesagt, ich brauch jetzt euer Feedback. Es wird jetzt auch noch ein bisschen dauern. Ich hatte am Wochenende ziemlich viel vorproduziert. Also... Einen ganzen Teil bis Mittwoch, einschließlich bald. Hier noch mit... Einen bisschen Leggy Ruckel sein, ne. Seht es mir bitte nach. Ich hab versucht jetzt alles zu verbessern, was ich so verbessern kann, ne. Man findet nicht so viel im Internet für OBS, ne. Dass du dir das vernünftig einstellen kannst. Den ganzen Trott, der da ist. Ich hab jetzt das Spiel hier. Bisschen Performance schon da eingestellt. Weil es ja wohl sonst nicht für meine Videos geht. Von der Qualität. Also ich sehe den Spiegel schon, ne. Sieht ganz anders aus. So rund jetzt, so. Weiß ich nicht. Klar, die FPS sind jetzt der Birne. Ne. Ist nix mehr. Ich hoffe jetzt, dass das alles besser ist. Aber wie gesagt, ich brauch euer Feedback. Sonst... Kann ich da nix zu sorgen. Trotzdem sieht es komisch aus. Im ersten Moment. Naja. Müssen wir jetzt durch. Geht nicht anders. Videoqualität für OBS ist zu groß. Zu cool. Keine Ahnung. Aber... Müssen wir durch. Was soll ich sagen? Hier, lieber Winkel, ne. Dreschkasten ist ja eine Ernte. Wir müssten eigentlich uns einen Kartoffelroder mieten, ne. Müssen wir wieder für eine Kreide. Aber wir müssen auch noch selber sehen. Ey, er hat immer noch so... So Lecks drin, aber... Das kommt wahrscheinlich jetzt, wo ich das umgestellt hab, ne. Jetzt muss er erstmal hier alles nachladen. Es ist nervig, wenn man nicht... Wenn alles vorher immer gepasst hat und dann auf einmal musste... Alles umtütern, weil OBS dann nicht mehr mit klarkommt. Ist schon nervig. Muss man ganz ehrlich sagen. Nimmt ein Stunden Spielspaß. Müssen wir uns nix vormachen. Na komm, die stellen wir eben da drauf. Aber... Jackhawken hinterher. Balle auch von der Fläche. So müssen wir unsere Viecher überhaupt füttern. Ich hab noch gar nicht nachgeguckt. Oh, 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 oh. Hier sieht sie auch nicht mehr so ganz so gut aus. Die brauchen Gras-Silage. Und ihr braucht... Jede Menge Futter, ne. Aber da können wir jetzt noch mit leben. Aber die brauchen so Gras-Silage, ne. Komm, fangen wir jetzt mal eine Gras-Silage noch rein. Und, ähm... Ja, es ist ein Heu. Eine Gras-Silage haben wir nämlich nicht mehr so viel. Jetzt sehen, dass wir damit langkommen, ne. Ne, sieht total anders aus. Aber ich hoffe... Die Videos sind jetzt nicht mehr so lecky. I don't know, ey. Das wurmt ein. Wie du das dann eingestellt hast oder so. Vor allem... Man kann's ja im Endeffekt nur... Wie heißt das? Hier, was man im Netz so findet, ne. Gibt's da ein, 4K, 21 zu 9. Dann wird dem Video angezeigt. Da sollst du dies eingeben. Die schreibt mir da eine Bitrate von 60 bis 100.000 vor. Habe ich eingegeben. Ich hab das gemerkt. Hab die erwartet in eine Einstellung genommen. Hab das eingestellt, wie das da ist. Aber dann war es immer noch... Stream fällt da durch erstmal komplett flach. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube, da kommt dann unser Internet... Selbst nicht mehr mit klar. Und wir haben eine 100.000er Leitung, ne. Aber da brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht drüber nachdenken. Über Stream. Ich hab noch kein Bild gemacht. Füttern am Morgen, vertreibt Kummer und so. Guck mal, das Bild ist längst nicht mehr so klar, wie es mal war. Äh, ich meine so von den Farben. Hier ist jetzt voller Grautouch drin, ne. Ist nicht so schön, aber was willst du machen? Also hier braucht Eiweißfutter, ne. Oh, ich hab da noch Krass-Silage draus stehen, ne. Guck mal, die sind so bläulich jetzt. Na ja. Kein Plan. Soll das eben abräumen, ne. Dann kommen wir auch an die Klesi-Lasche dran. Wie gesagt, Feedback regiert die Welt jetzt. Tut mir leid, dass ich euch damit nerven muss, aber... Ich kann's nicht ändern. So. Ab fort. Mann, Schick-Kram, ey. Da denkst du, da hast du es vernünftig und da ist doch wieder Müll. Vor allem verstehe ich das nicht. Es ging doch die ganze Zeit. Und dann auf einmal macht OBS da so ein Terz von, ne. Schon komisch. Wir haben leider kein Frischgras, ne. Sonst könnten wir nämlich schickifonnie eben Frischgras in den Stall fahren. Aber ich sehleiter nicht ein Stüssel. So, wie sind denn da? Boah, ich da. Er hat ja noch mehr gemacht. Da fahren wir noch zwei Silageballen rein. Boah, ich. Das passt erst mal so, ne. Fahren wir da hinten eben noch zwei Silageballen in den Stall. Zwei Silageballen in den Stall, ne. Na, dann läuft der Laden. Und dann ist alle schickifonnie, ne. Da war gerade ein Mikroruckler. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, ja, ja. Svenny ist ja hier fleißig. Oh, wir müssen schon wieder Gras nochmal. Kann das sein? Schon wieder Gras nochmal? Tatsache. Ja, das ist... ...nicht so schön, aber was willst du machen? Ich kann ja schlecht in die Wiese da rein zum Plägen, ne. Wo man das am besten machen könnte, ne. Oder man muss das irgendwie in eine XML umschreiben. Aber da bin ich ja... ...kein Kandidat für. Weil das schnall ich nicht. Habt ihr das alle aufgefressen? Ihr seid ja ganz schöne Viehfresse, ne. Ja, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, ey. Wir müssen die Wiese auch noch kalten, ne. Die muss als erstes gleich noch fertig. Aber wir müssen auch gleich anfangen zu säen. Weizen und so. Bisschen wir in der Schaf weiter auf wieder nochmal. Tatsache. So dann, ey. Die fressen aber dir die Haare vom Kopf, du. Ja, hab ich grad gesagt, ne. Könnt ihr einen ruhig glauben, wenn man das erzählt. Ja, ja, ja. Liest du da gut? Schön. Schön, schön, schön Milch machen, ne. Die brauchen das. Ihr müsst euch ja auch refinanzieren. So, die haben wir jetzt mal wieder genug. Läuft. Hab ich jetzt ein Bild gemacht? Hör mal lieber nur eins zu vorsichtig. Ich bin mir nicht mehr sicher. Doch, ich hätte, glaub ich, eins gemacht, ne. Heider nein. Irgendwas ist immer... Es könnte ja auch mal was normal laufen. Komm, dann fahren wir da eben noch eine Klesilage rein. Dann sind die auch fast glücklich. Der Wagen ist auch abgeladen. Fest. Wie so ein Schickraum, ne. Wir müssen aber zum Dreschkasten. Müssen den hier auch mal wieder... ...abtanken, ne. Halt mal an hier. Siehste? Heider nein. Ach, der reicht erstmal. Abgehangen? Was ist ja auch heute los? Ach nee, Handbremse ist drin. Dann kann der nicht fahren, ne. Ja, der ist ja im Mädchengeheng. Kannst du ja nicht fahren. Die läuft... Oh, oh. Mann, du. Hoffentlich hab ich den Wagen hier so abgehangen. Ja, ja, ja. Oh, das ist ja nicht. Oh, gut, 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 gut. Auf, hier geht's. Dreschkasten abtanken. I don't know, I don't know. Oh, wir müssen hier lang. Jetzt siehst du gar nicht, ne. Wenn du siehst, du. Gefällt mir nicht so. Äh, mehr? OBS möchte dazu. Schätze ich mal. Äh, mehr, mehr. Müsste ich ja eigentlich OBS verklagen, ne. Wird die da so'n Schumpen machen, du? Ne, Mann, du gibst aber jetzt Stoff da, wa? Hab ich die eingestellt hier? Oh, Mann. Hat mir alles total aus dem Konzept gebracht hier. Drescherserveraktion ist aktiviert, alles klar. So, komm, wir hier vorn eben mal los. Also weit brauchen wir gar nicht vorn. Wenn's, der kriegt halt hier alleine hin. Glauben nicht. Die Ecke da hinten, da wird hier schon richtig mal jetzt noch rum. Ja, komm, dann machen wir mal so'n bisschen was selber, ne. Oh, die kriegt auch mal Lässe. Fahren kann er auch nicht mehr. Nein, nein, nein. So'n Schikram. Weizen ist eingestellt, ne. Ja, er läuft. Oh, jetzt düngt der aus Versehen, ne. Ah, ist egal. Nochmal hier an. Oh, die Schub gehen hier. Kommt doch nicht mit klar, wa? Ja. Da hat er leichte Schmerzen. Oh, wir müssen da noch in die Kartoffelirnte, ey. Hier unsere neu geflüchte Ecke, ne. So ist das im Leben, ne. Liebe Leute, so ist das. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erst mal danke fürs Zugucken bis hierher, ne. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Feedback wäre echt super von euch. Und wenn's euch gefallen hat, wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.